Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag physisch stillhalten und den Markt beobachten. Denn diese kurzfristigen Preisentwicklungen, die interessieren uns ja nicht wirklich. Wir sind keine Daytrader. Das machen wir hauptsächlich für euch, damit wir euch ein bisschen auch beruhigen können, vor allem für die, die neu da sind, damit man nicht in Panik gerät und eventuell im Minus verkauft. Für uns selber ist das alles egal, ob wir jetzt nochmal runter korrigieren, ob das jetzt direkt nochmal nach oben geht und dann flaggt. Ihr wisst, wir haben sehr, sehr tief unten eingekauft. Für die, die neu auf dem Channel sind, wir haben sehr, sehr viele neue dazu bekommen. Die wissen das wahrscheinlich noch nicht. Wir haben hier unten in diesen Bereichen hier eingekauft. Unsere Strategie ist, wir wollen einkaufen, mindestens ein Jahr lang halten. Wir kaufen hier unten irgendwo ein. Und dann interessiert uns das auch nicht, ob Bitcoin hier eine 50-prozentige Korrektur macht. Weil die Leute, die hier eingekauft haben, die sind jetzt dick im Minus. Während wir immer noch mit tausenden von Prozenten im Plus sind. Und diese Sicherheit wollen wir uns auch nehmen. Man weiß nie, ich wünsche es zwar niemandem, aber manchmal ändern sich die Lebensbedingungen. Und dann muss man eventuell das Geld wieder rausholen. Wenn man das Geld dann rausholen möchte und man ist gerade im Minus, weil man hier oben eingekauft hat und bekommt jetzt hier, was weiß ich, 40 Prozent weniger, als man da reingesteckt hat, ist das kein schönes Gefühl. Und das ist auch kein schönes Gefühl. Ich habe 2017, als ich auf den Markt kam, einige Coins sehr weit oben eingekauft. Und es ist nicht leicht, diese Disziplin zu haben, sich selber zu sagen, hey, es ist kein Minus, solange du es nicht realisierst. Es ist aber auch kein Plus, solange du es nicht realisierst. Also wir können hier ruhig mit unseren tausenden Prozenten im Plus sein. Was für eine Aussage hat das? Was kann ich damit machen? Rein gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es realisiere. Wo ich es tatsächlich umwandle. In Fiat-Währung oder in Stablecoin oder letztendlich mit meinen Coins bezahle. Irgendeinen Tesla mir kaufe, obwohl geht ja auch nicht mehr, aber bald wieder. Aber erst dann, erst dann habe ich was draus gemacht. Solange ich nicht reagiere, ist es egal, ob ich da ein Plus oder ein Minus bin, macht überhaupt keinen Unterschied. Aber das Gefühl zu haben, dass man ein Plus ist und man ruhig sich schlafen legen kann und weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir über Nacht so tief fallen. Lässt einen einfach viel entspannter auf diese Sache zugehen und vor allem, dass man emotionsloser handeln kann. Und das ist sehr, sehr wichtig und das wollen wir auch mitteilen. Darum machen wir auch den Kurs, damit viele lernen, wenn sie es wollen, natürlich so zu traden wie wir, dass man, bei uns war dieser Aspekt, Sicherheit war uns sehr, sehr wichtig. Wenn wir schon in so einen volatilen Markt reininvestieren, war uns das sehr, sehr wichtig, dass wir eine hohe Sicherheit haben. Vor allem, dass wir nicht unsere Psyche zerstören, nur damit wir Geld verdienen. Das ist es uns nicht wert. Daher sind wir super entspannt. Aber wir machen diese Sachen trotzdem, damit wir viele, viele von euch beruhigen können. Weil viele, viele sind neu auf dem Markt und ich weiß, was oft erzählt wird. Einen wird versprochen, dass man da direkt zum Mond geht. Und wenn das dann nicht passiert, dann sitzt man da erstmal und dann sind sie auf einmal beruhigend sein. Und man verkauft dann im Minus. Aber gut, zum Glück ist nicht der Großteil so. Aber es gibt einige Affen, die sind halt so. Aber der Großteil der Influencer, denke ich mal, sind oder sollten für ihre Community auf jeden Fall da sein. Womit uns BitWave überzeugt hat, ist, dass sie EU-reguliert sind, Echtzeitüberweisungen, absolut gebührenfrei akzeptieren, eine große Auswahl an diversen Kryptos mit wirklich fairen Preisen hat und weltweit mit die günstigste Exchange ist, was Handelsgebühren betrifft. Die Registrierung ist innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen und mit unserem Link in der Beschreibung kannst du die ersten 1000 Euro komplett gebührenfrei handeln. Registriere dich jetzt bei BitWave und profitiere von den Vorteilen.